Heute in der Aktienanalyse Lumen Technologies, die zahlen 8% Dividende. Der Kurs ist in letzter Zeit stark gefallen, also genau das Richtige für eine Analyse. Herzlich Willkommen bei Value Investing 2050. Wie schon erwähnt, wir schauen uns heute Lumen Technologies an. Vielleicht sagt euch das mehr unter dem Namen Century Link. Die haben sich umbenannt Ende letzten Jahres, haben auch gekauft Level 3 Communications. Und die sind Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen. Lumen Technologies hat 450.000 Meilen Glasfasernetz weltweit, unter anderem Unterseekabel hier in den USA. Das sehen wir jetzt nochmal im Detail gleich. Und sie haben einen Forward PE von 7,5, zahlen 8% Dividende. Wir sehen hier bei Seeking Alpha die Analysen, die Meinungen sind vorwiegend grün. Und wir starten hier mal eben mit dem Highlight, nämlich mit den Dividenden. Sie haben eine Payout Ratio von ungefähr 60%, zahlen trotzdem 8% Dividende. Die Dividenden Estimates hier auch für die nächsten Jahre bleiben bei ca. 8%. Wenn wir allerdings hier mal in die Dividenden-Historie schauen, dann werden wir sehen, dass es hier seit 2009 also zwei harte Dividenden-Kürzungen gab. Sie haben hier im Quartal mal 73 Cent gezahlt. Sie sind jetzt bei 25 Cent im Quartal. Das ergibt im Gesamtjahr einen Dollar. Der aktuelle Kurs hier 12,60 Dollar. Hier sind wir jetzt mal auf der Webseite von Lumen. Ich muss zugeben, für mich, der sich da nicht gut in der Branche auskennt, ist es hier relativ schwer, 100% genau alle Produkte zu kennen und zu verstehen. Wir können hier uns mal die großen Themen angucken. Bevor wir jetzt in die Zahlen gehen, beziehungsweise konkret in die Zahlen der letzten 10 Jahre, hier nochmal ein paar Sachen im Überblick. 25 Cent, Quartalsdividende, das haben wir schon gesehen. Sie haben hier Basis des Geschäftsjahr 2020, das letzte, in den letzten drei Jahren immer hier einen Net Loss gemacht. Sie haben relativ hohe Abschreibungen gehabt von ca. 5 Milliarden im Jahr. Sie haben natürlich ein gutes EBITDA, aber eben hier immer Verlust gemacht in den letzten Jahren. Free Cash Flow ist allerdings positiv. Das sieht gut aus. Sie haben hohes Fremdkapital. Das konnten Sie hier die letzten Jahre reduzieren von 36 auf 32 Milliarden. Das ist auch notwendig. Ein weiteres Thema. Wir können jetzt hier mal zur Einordnung sehen. Sie machen also hier ungefähr einen Jahresumsatz von 21 Milliarden. Die größten Geschäftsbereiche sind IP und Data Services, Transport und Infrastructure, Voice and Collaboration und Breitband. Wenn wir jetzt mal sehen, die Veränderung von 19 zu 20. Und hier sehen wir, es gibt eigentlich überall einen mehr oder weniger starken Umsatzrückgang. Zum Beispiel auch bei IT und Managed Services, wobei da ist der Gesamtumsatz nicht sehr hoch. Auch von 2018 zu 2019 sind hier die Umsätze gesunken. Insgesamt hier 22,6 Milliarden in 2018, in 2020, 20,7. Das ist natürlich nicht schön. Und was auch nicht schön ist, sind die Ausgaben für die Zinsen. Denn da kommen wir hier zwar von 2 Milliarden in 2018. Sie waren aber im letzten Jahr 2020 trotzdem noch bei 1,7 Milliarden alleine an Zinszahlungen. Und hier können wir nochmal sehen, dass Sie also auf Ihr hohes Fremdkapital um die 5% an Fremdkapital Zinsen zahlen. Das ist natürlich viel. Das ist hoch. Wobei man muss sagen, Sie arbeiten hier am Schuldenabbau. Und da gehen wir jetzt nochmal konkret in die Zahlen der letzten 10 Jahre zur Orientierung. Die Market Cap jetzt im Moment 14 Milliarden US-Dollar. Sie machen einen Umsatz jetzt ungefähr von 21 Milliarden. Das haben wir ja schon gesehen. Die Umsatzentwicklung trotzdem hier in den letzten Jahren nicht wirklich gewachsen. Es gab hier mal einen Sprung von 2017 und 2018. Da haben Sie eben Level 3 zugekauft für 25 Milliarden US-Dollar. Wir sehen auch gleich nochmal in den News, die machen jetzt ein De-Investment. Sie verkaufen also Unternehmensanteile. Das heißt, der Umsatz wird hier wieder sinken in nächster Zeit. Und jetzt gucken wir hier nochmal ein bisschen auf das Net Income. Das ist eben auch das Problem. Wir haben es schon gesehen in den letzten Jahren hier Verluste gemacht. 2019 deutliche Verluste von 5 Milliarden. Das ist ein Viertel des aktuellen Unternehmenswertes. Wenn wir jetzt hier in die Bilanz schauen, dann sieht es eben dort auch nicht sehr gut aus in der Entwicklung. Die Total Liabilities sind hier gestiegen von 2016 zu 2017. Sie konnten jetzt wieder leicht abgebaut werden. Liegen trotzdem noch bei 47 Milliarden. Das Eigenkapital ungefähr bei 12. Wenn wir jetzt übrigens hier mal schauen bei Morningstar. Die rote Linie hier, das ist der Fair Value, den Morningstar festlegt. In schwarz hier der Kurs. Und wir sehen, über die letzten 10 Jahre ist beides mehr oder weniger gesunken. Auch wenn jetzt hier trotzdem auf der anderen Seite Lumen Technologies mit 4 von 5 Sternen bewertet wird. Was hier natürlich jetzt noch fehlt und was für mich als Value-Investor immer interessant ist, sind die Cashflow-Zahlen. Dort sieht es schon mal so aus. Cash from Operations immer positiv. Das sollte auch so sein. Wenn wir mal die letzten 12 Monate sehen, dann hier deutlich über 3 Milliarden an Free Cashflow. Das passt auch dazu, dass sie eben ungefähr 60 Prozent für die Dividende auszahlen. Das waren hier 1,1 Milliarden. Wir sehen das dann aber nochmal genauer in der Bewertung. Um jetzt hier nochmal ein bisschen zu sehen, was sie für Assets haben und was sie machen, können wir uns hier nochmal eine Präsentation vom letzten Jahr ansehen. Und dort können wir auch nochmal sehen, sie haben vorwiegend übrigens Enterprise-Kunden. Das heißt große Business-Kunden. Da machen sie 75 Prozent vom Umsatz. 25 Prozent machen sie dann mit Consumer, Small Businesses oder eben auch mit anderen Telekommunikationsdienstleistern. Hier könnt ihr mal sehen, unter welchen Markennamen sie da aktiv sind, in den USA, aber auch international. Und sie haben eben hier ein weltweites Glasfasernetzwerk inklusive Unterseekabel. Und wie schon erwähnt sind das 450.000 Meilen Glasfaser. Davon sind alleine 350.000 Meilen Unterseekabel. Das sind natürlich hier wertvolle Assets, die sie besitzen, auch hier in großen Städten, wie zum Beispiel London oder wie hier im Bereich San Francisco, Oakland. Auch hier mal als Beispiel in Denver, wie das dann aussieht in den Städten. Das ist also ein Asset, was sie haben. Und das ist auch ein wertvoller Teil der Firma. Schauen wir uns hier jetzt noch mal kurz die News an. Also sie haben hier Geschäft verkauft. Gehen wir noch mal auf die erste Seite. Das ist jetzt ganz aktuell vom August 2021. Sie verkaufen hier also das ILEC Business. Können wir gleich noch mal sehen, was das ist. In Teilen der USA. Dafür bekommen sie 7,5 Milliarden US-Dollar. Und sie verkaufen Teile ihres Lateinamerika-Geschäfts. Also hier auch Glasfaser mit dabei. Sie machen dort also eine Deinvestition, was aber eben dazu führen wird, dass die Umsätze in Zukunft sinken werden. ILEC bedeutet übrigens Incumbent Local Exchange Carrier. Das ist also hier ein Teil der Telekommunikation, was sie jetzt verkauft haben. Kommen wir mal jetzt hier abschließend zur Bewertung. Ich habe hier einmal das Lumen heute in den letzten 12 Monaten und hier mit Sternen aus meiner Sicht inklusive der Deinvestition, was das für Auswirkungen hat. Da wird vermutlich der Umsatz sinken von 20 auf 16 Milliarden. Aktuell haben wir ja schon gesehen der Börsenwert ungefähr 14,3 Milliarden. Aber konzentrieren wir uns mal hier jetzt auf die letzten 12 Monate. Sie haben einen Verlust gemacht von 900 Millionen. Sie haben nur eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent. Free Cash Flow allerdings mit 3,6 Milliarden wirklich gut. Die Dividende 1,1 Prozent. Was heißt das jetzt in Zahlen? Wer noch keine Videos von mir gesehen hat. Ich habe also hier Kriterien oder eher hier Kriterien und hier Bewertungsbereiche. Dann gibt es 0 bis 3 Punkte. Für eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent gibt es bei mir 0 Punkte. Free Cash Flow zu Fremdkapital nur 8 Prozent. Der Free Cash Flow ist wirklich gut. Die Schulden sind dafür sehr hoch. Dafür gibt es einen Punkt. Dividenden und Buybacks zu Free Cash Flow mit 31 Prozent relativ niedrig. Dafür gibt es zwei Punkte. Das heißt, sie haben also hier Cash übrig und wollen damit natürlich unter anderem das Fremdkapital reduzieren. Die Geschäftsentwicklung, die Zukunftsaussichten habe ich hier noch mit gut bewertet. Man könnte schon in den Bereich von schlecht gehen durch eben die hohen Schulden, der sinkende Umsatz, die sinkende Dividende über die letzten Jahre. Aber gut, das Unternehmen bekommt hier 7 Punkte. Die Aktie bekommt insgesamt 11 Punkte. Kursumsatzverhältnis von 0,7. Sie machen keinen Gewinn, also gibt es kein KGV. Kursbruchwertverhältnis von 1,2. Free Cash Flow zu Börsenwert ist wirklich sehr gut mit 25 Prozent. Das heißt, sie machen in vier Jahren den Free Cash Flow vom gesamten Unternehmenswert oder in der Höhe des Unternehmenswertes. Und die Dividendenrendite mit 7,8 Prozent ist natürlich wirklich sehr gut. Schauen wir mal auf die Pro- und Contra-Seite zum Unternehmen und zur Aktie. Auf der Pro-Seite natürlich der Free Cash Flow. Sie haben in den Assets Basis-Infrastruktur die Glasfasernetze. Das ist wirklich wertvoll. Sie haben eine hohe Dividende und sie arbeiten daran, die Verschuldung abzubauen. Auf der Contra-Seite stehen die trotzdem weiterhin hohen Schulden. Sie haben kein wachsendes Geschäft. Sie haben hohe Zinskosten, die möglicherweise sogar steigen, wenn sie es nicht schaffen, die Schulden abzubauen. Oder wenn hier einfach am Markt Zinsen steigen, dann müssen sie auch mehr zahlen, wenn sie neue Zinsen oder neue Schulden aufnehmen. Die Payout-Ratio der Dividende wird wahrscheinlich steigen, da sie ja deinvestiert haben, weniger Umsatz machen, aber auch Investitionen tätigen müssen in neues Geschäft. Und für mich die Contra-Seite, das Geschäftsmodell. Ich muss zugeben, ich kenne mich in der Branche nicht gut aus. Ich würde hier nicht sagen, dass ich das Geschäftsmodell komplett verstanden habe. Da fällt es mir zum Beispiel bei Shell und BP leichter, die einfach zum Beispiel sagen, ab 40 Dollar Ölpreis können wir kostendeckend arbeiten. Dann kann ich mir anschauen, wo ist der Ölpreis heute, wo wird er aus meiner Sicht die nächsten Jahre stehen und ist es dann ein attraktives Investment. Welchen Free Cashflow kann man da wie erzielen, das ist für mich etwas leichter dann zu verstehen und auch in die Zukunft zu projizieren als dieses Geschäft hier. Und damit kann man zusammenfassend sagen zum Unternehmen, sie haben wertvolle Assets. Es ist aber auch ein Konkurrenzmarkt, das was sie anbieten an ihre Kunden. Sie müssen hier weiter Schulden abbauen und sie haben vermutlich kein Wachstum, beziehungsweise steht das eigentlich fest durch die Verkäufe, die jetzt gemacht wurden. Zur Aktie generell und zum Investment, ich sehe hier keine Margin of Safety. Das Unternehmen ist vielleicht fair bewertet, Zinsen sind natürlich ein Risiko und ich würde sie hier bei einem Kurs von unter 10 Dollar als spannend empfinden. Vielleicht kann man dann nochmal eine Analyse machen. Aktuell wäre es mir hier zu teuer, aber ein interessantes Unternehmen, was auf die Watchlist kommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.